Von wem denn? Von dir. Von wem? Von dir. Wer spricht denn da? Der Oktai. Achso. Der Oki. Ich kann eure Stimme nicht einschätzen. Ey, ich hab ne besondere Stimme. Ja, du bist fast ne Mädchenstimme, das stimmt. Boah, ey. Mit so einem Mistkommut will ich jetzt auch nicht reden. Scheiße jetzt, ist meine Fanbedienung nicht hier. Und nochmal aufstehen. Das ist gut so. Erstmal die Pfanne holen. Ein paar Sit-Ups machen. Ich hab auch voll viele Freundschafts-Anfragen bekommen. Zehn Stück. Normal. Ich hab noch gar keinen. Angelo, nimmst du auf gerade? Ja. Die Stimme also? Ich hoffe, das funktioniert so. Ja, doch, geht. Also stimmt, nimmst du gerade auf? Ja, es nimmt gerade auf. Nein. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt. Juhu. Was haben wir in der Dark-Dark? Der Dr. Richtoffens Tagebuch interessiert keine Sau. Doch, klar. Das ist ein cooles Spiel dabei. Nur nehmt ihr mal an hier. Also kommt hier mal rein. Ich hab immer noch keine Freundschafts-Anfragen bekommen. Ach ja, da war ja was. Ups. Na toll, da muss ich hierher jetzt. Kannst du mir eine Nachricht schicken kurz? Wie bitte? Kannst du mir eine Nachricht schicken? An wen denn? An mich. Warte, da muss ich gucken. Nachricht erstellen. An. Online-IDA geben. Und dann D. DMC alles groß, ne? Ja. Dann unten Strich Hangman. Bindestrich. Bindestrich. Hangman auch alles groß oder nur H? Hangman nur mit H großgeschrieben. Macht das überhaupt einen Unterschied beim PSN? Groß- und Kleinschreibung? Oh, ich glaub's nicht. Weiß ich nicht. Das macht einen Unterschied, doch, doch. Wenn du groß und klein nicht richtig machst, steht da Fehler nicht gefunden. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen ganz großen User schreibe, dann findet er dich doch auch. Okay. Ich hab dir PS geschrieben, ne? Ach, da ist er ja. Das ist gar nicht angekommen. Wie ist dich angekommen? Ich hab nichts bekommen. Der Anfang ist perfekt. Ach, hab ich doch. Der läuft doch. Der hat mich verarscht, Mann. Ey, wenn ich jetzt keinen Kollege reinholen kann, wieso steht denn dann bei meinem Kollege hier zum Spiel einladen? Er kann es zwar schon, aber dann passiert nichts. Dann werde ich da nicht hinzugefügt. Ach so. Da steht einfach nur Partyverbindung, kann nicht, ähm... Autorisiert werden. Nein, nicht sowas. Das ist ja noch mit Black Ops 1. Da steht dann halt einfach nur Partyverbindung, konnte nicht hergestellt werden oder irgendwie sowas. Was? So besser als BO2, ist schon mal ganz klar. Ey, es sind zwei neue Tarnungen draußen. Ey, jetzt echt? Ja, es gab ein neues Update heute. Doch, mal so lange dauert, bis ich eigentlich mal eingekomme. Ich seh da grad nicht, wer ist da bei Skype online. Wenn das jetzt Nikos Alter, dann dreh ich so durch. Hallo, ich bin drin. User. Das hat sich irgendwie schmul angehört. Ey, ich hab nur noch einen Toten vorfüllen. Ja, das ist echt. Mob bist du es. Ach ja, scheiße, ey. Jetzt wollte ich gerade sagen, Beate hier mit nur drei Rang, Alter. Aber da ist ja noch einer. Ja, ehrlich gesagt. Ey, ich spiele fast nie Zombie-BO2. Ich bin mal mit der Einzige gewesen. Ich hab das auch schon seit einem Jahr oder so nicht gespült. Ich hatte mal hier Totenkopf mit leuchtenden Augen. Das ist doch die besten Voraussetzungen hier. Wir kommen bestimmt weit heute. Dafür zeig ich aber voll oft online. Oh. Also ich glaube, Alter, was ist denn jetzt los hier? Ja, fickt euch doch mal, mobben die mich. Oh Gott. Ich fühl mich hier voll gemobbt. Von wem denn? Ja, ich weiß es nicht. Von so einem DMC-Hangman. Wer ist das? Oder so ein User oder so ein Kett... Ja, DMC-Hangman kennt man nicht. Weiß ich nicht. Da ist mit Queen-One... Oh, bist du irre? Oh, gar die schlechteste Map. Ja, das ist im Wald des Herzens. Das ist doch scheiße. Ja, guck mal, ich drück erst extra nicht... Scheiße, jetzt drücken die bereit machen, Mann. Das ist die einfachste Map. Die schwerste. Ich weiß nicht mal, wo der Pick'n'Punch ist. Ja, das hab ich letztes Mal gesehen. Da stand's ja nur eine halbe Stunde drin. Ich werde da mal gestorben. Ja, dich können wir nicht lassen. Ja, die Punchen ist immer schön einfach auf Transit. Ganz ehrlich. Immer schön die Turbine hinstellen. Einfach mal die Station weiterfahren. Läuft. Ja, anstatt dass man dann direkt hingeht wie in Town. In so einer Lava. Ja, genau, Alter. Und dann in der Lava krepiert. Man kann ja auch nochmal Schmerz machen oder so. Wir zu viert gegen andere Dullis. Ja, oder wir machen mal Team-Match. Irgendwie so Oki und ich gegen euch beide. Wie wär's damit? Wär auch mal cool, ne? Ich kann aber bestimmt mal machen, aber natürlich nicht in einem großen Projekt. Kann man auch. Nein, in einem großen Projekt. Nein, natürlich nicht. Nein. Ja, das ist doch ein großes Projekt. Kein kleines. Betonung liegt auf groß. Ja, wirklich nicht. Weil ihr sowieso nicht lange macht, weißt du? Darum wäre das eh kein großes Projekt. Doch, also ich kann lange. Ich hab heute den ganzen Tag Zeit. Ja, da mach ich eigentlich einen Schmerzmodus. Ach so, doch, den kann ich auch lange. Aber ich bin gut. Bin grad verwirrt. Wer bist du? Ich mach mal ein Fenster hier. Alter, jetzt kommt nur Signal. Es ist nicht wahr. Jetzt schon? Ja. Was kommt da? Alter, du könntest. Ich wollt grad das Spiel setzen eigentlich. Warum was denn los? Kann ich gleich hier kurz mal wieder nach den letzten Zonen am Leben lassen. Okay. Ja, dann warte ich lass dann hier einen am Leben. Warte, bei mir ist auch noch einer. Den könnte ich auch am Leben lassen. Ja, lass mal an die Dings da rumknabbern. An die Bretter. Okay. Ja, ja, mach ich. Also ich halt den hier an der Barriere auf. Jetzt schickt mir irgendjemand weiß gar nicht eine Nachricht. Ich wette das, Nico. Ist er auch. Der ist nämlich wieder angekommen. Ja, geil, Alter. Jetzt ist es egal. Ich fand es nur komisch, weil er gesagt hat, am Donnerstag kann er. Und gerade eben dann war er online. Und dann ist er vor fünf Minuten wieder offline gegangen. Und dann nur darum habe ich dir gesagt, ne, komm, weißt du. Ey, ganz ehrlich, wenn man bei dem Superpray- voorена scheinaiten kann, dann kann man sich ja schon Pro-gamer portenseitiglich die ganze Zeit verdrücken. Und was heißt sie verdrücken, więcej real-life-Probleme. Ah, das glaube ich gerne. Ja, der hat ein real-life, schick mal einen Link. Was denn das? So was wollte ich auch schon immer haben. Obwillige. Keine Zobbys mehr, ich muss da kurz mal neu starten. Ey, ich habe ja nur Zobbys, den halte ich aber fest, ne, Anna Barry. Was zum dein es das? Ey, Hacker, hinter dir du, Penner. ein Schwein weil das hat die Art und ihr steht bei Alta er muss das ist Hacker nicht Hacker folgt sie das ist egal in der Welt darüber drückt darüber vorlauf ist gar nicht egal das ist immer voll schwul wie kann man jemanden Hacker nennen Alter Juhl wo hat er gar nicht der Hacksfleisch aus Nützer Hacker ja wo ist dein Pfannbänder ja man muss eine Sache sagen die Titten hier sind schon mal nicht übel das muss man jetzt echt mal rausknüppeln wer ist eigentlich das Müsse bitte warten rate mal wer die Frau spielt dieses Mal ja Angelo bestimmt nein guck doch du Spacken kein Bock jetzt bin gerade hier am Zombie hier bin ich Hacker komm mal nochmal her Hacker komm nochmal zu mir dann ist das locker der DMC Hangman ja Hacker ja mhm pfff 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 was lautet ihr? was fuhr mit ihr an mir hier rum? du hast pitten ja nix kann ich Ah scheiße ich bin das Vibe? ja na toll du musst aber nicht eins zwei drei vier Brocki kann ich den killen? ja nein was denn jetzt? ich kill den jetzt ey verpiss dich nein ey das ist ich zeig dich an wegen Abzug alter ja hier hast du was ach geil ne Granate nehm ich gerne an alter ja ey ist total fuck jetzt hab ich der M4 hingekauft als ich auch Teil aufzunehmen da würdest du weit kommen kann man ja ordentlich was mitmachen mit der M4 die man kann drauf schießen und äh ja das war's töten kann man damit nicht doch das ist so ganz nach dem Motto von Dead Island das ist jetzt Claudio alle mal ne Turbina alter du musst machen helfen oder wir töten dich dann machst du Heatshot da ist mich niemand dran da hat sich jemand zerpisst glaub ich ey da hat den einen die scheiße wieso der labert scheiße ey 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 da sind ein paar stück die wollen einen auf die Schnauze gut ja toll das ist nur ein noob ne Bombe weißt du ey Killer alter das kann ja wohl nicht wahr sein ey warum ich bin der Killer du bist einfach durch die Atombombe geragte du bist der Killer ach es macht click bang was sind hier pädophiler alter Sack hier ich bin nicht pädophil pädophiler Schokoteddy der schmutzige Typ ja genau der dreckige Dan hier wird's ein bisschen warm drin aha das bin nicht ich was sagst du ja das sind die Lava hier neben mir frag die mal hier ist so ein lustiger grüner Nebel im Klo ich weiß nicht wer sich da einen abgerissen hat ha 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 ich schreibe nicht das ist eine braune Wolke n ne so grün da so eine braune Flüssigkeit drin ne ja scheint so ich glaub ich Kiels alter kein Bock mehr machen warte wo ist der Hangman ey hier ist ja gar keiner gekommen ja wer wer weiß man beim Fenster hier gelaufen ne nee ich nehme zurück was mir gehörte aber nicht das letzte was mir heißt ey die haut ab der Messer hat ja ewig nur daneben was ist hier los hier hängt ja alles völlig hier hängt ja alles völlig hier hängt ja alles völlig kein Wunder wenn der Hangman der Host ist ja haha ich hau ich mauch Geld Alter warum werd ich hier wieder rausgekickt man die Tobi so jetzt mach hier auf die Tür meine Güte mach auf die Tür denn ich friii mir ab die Türen ey Angelo du wirst hier grad äh du backst auf Skype ne Ich weiß wer backt auf Skype der äh Angelo also backt ey der Bus fährt los steckt alle ein Bei mir nicht. Ja, bei mir auch nicht. Also der hat gehubt. So meine ich das. Oh, jetzt fährt der los. Achtung, der Bus fährt los. Es zieht. Wie, der Bus fährt los? Sag mir aber Bescheid, Bitch. Ach, jetzt war es nicht. Das war doch schon letzte Runde. Nicht schlimm, dass du nicht mitgekommen bist. Du wolltest doch da bleiben. Doch, ich wollte mit, ja. Ach, nee, du wolltest da bleiben, also. Lass mich mal bitte gleich rausspringen. Die M16 möchte ich gern haben. Das wäre nett von euch. Ja, die würde ich auch haben. Raus, raus. Angelo, raus. Ja, wir haben zwei Türen im scheiß Bus. Ja, dann nimm dies zweite Tür. Ja, solche Dunnister, Alter. Fuck, ich bin aus der Freya rausgeschrungen. Jetzt rennen. Super, ich bin der Leide-Bose, oder was? Du kannst nicht scheiße sein, Angelo. Ey, lass, ey, das war mal jemand die Tür hinten blockieren. Dann kann der Angelo nicht mehr rein. Fuck, nein. Jetzt bin ich da geblieben. Wer anderem was schlechtes wünscht, der kriegt selber. war, das kennst du ja wohl. Echt da? Scheiße, jetzt bin ich da geblieben. Tja, wer anderem ne Falle stellen will, grobe Gräb, fällt selbst hinein. Oh, wer ist da down gegangen? Alter! Ich weiß nicht, warum der Angelo hat Down-Syndrom. Äh, nein. Habt ihr beide schon tot? Der war so schlecht. Was in aller Welt EUs, was ist gerade passiert? Ich hab das nicht gecheckt, Alter. Ich hab das nicht gecheckt, Alter. Wir haben einfach direkt um uns rum, haben uns umgeklatscht, ey. Angelo, wir waren auch immer, wer anderem eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ja, aber ich wollte dir keine Grube graben, musst du bedenken. Ich weiß. Ey, ich hab hier einen Teil gefunden von diesem Jet-Dings-Gun. Von dieser Jet-Gun. Nicht aus? Wie dann nicht wahr sein, Alter. Zu gut anfangen, oder? Ey, wenn nichts können die Leute, die sich das mal nicht mehr geben, doch mal gucken, dass wir wissen, ob das hier scheiße ist. Ey, ganz ehrlich. Rocky, ist das nicht jetzt so ne Test-Aufnahme erst mal? Nee, das ist die richtige. Wart, ich dachte, das wär erst die Test-Aufnahme, weil du das ja meintest auf Skype, dass wir erst mal hier... Ja, Transit ist so ne übelst leichte Map, also spielen wir uns hier warm. Ja, aber leicht, Alter. Sag dann bitte noch mal, ey. Ja, für die Leute, die da gerade down gegangen sind, für die ist das nicht leicht, ja, hast recht. Ja, 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 dann wundere dich, dann wundere dich, wenn der Fernseher auf dich zufliegt, Bruder. Alter, du verkackst gerade echt bei Skype. Jo. Du schmierst gerade ernsthaft ab. Ja, ich weiß, bei mir leckt das Scheißspiel auch gerade ein bisschen. Also hat es gerade noch, als ich gezockt hab. Jetzt nicht mehr, aber... Lädt ihr da wieder die ganzen Pornos runter? Nein, meine Mama ist nur wieder am Skypen. Kennst du ja. Aber ich liege erst mal 20 Uhr. Ja, sie hat's ein bisschen vorher gezogen, ich weiß jetzt auch nicht warum. Toll. Musst ja unbedingt auch wieder jetzt sein, ganz ehrlich, warum muss das jeden verfickten Tag sein? Kann ich nicht mal einmal meine Ruhe haben? Unser Internet ist schon so schlecht genug. Aber ehrlich. Also ich hab voll die geile Leitung eigentlich, außer dass man Skype auf dem PC immer abschmiert. Ja, ihr habt doch wenigstens im Haus die Möglichkeit, mehr als 16k zu haben. Wir haben nicht mal die Möglichkeit. Ich nicht. Und ich bin echt versuchten im Haus. Vielen Dank.